Welcome! It's me, Jacqueline! Remember! Vier Formen des Futurs werden sehr häufig gebraucht. Weißt du noch, welche das sind? Real Future, Present Progressive, Going to Future und Simple Present. Wie die vier Formen gebildet werden und wie sie gebraucht werden, solltest du noch aus dem letzten Video wissen. In diesem Video beschäftigen wir uns damit, Übungen zur Unterscheidung der verschiedenen Fotoformen zu machen. Exercise 1 Welche Art die Zukunft zu beschreiben ist die beste? Wähle eine aus. I feel sick. I think. I am staying. I am going to stay. Oder I will stay at home. Drücke kurz auf... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com und auf www.sofatutor.com